Wenn ich über das Thema Self-Service rede, ist es für mich, Leute aus den Fachabteilungen bauen selber Dashboards, die zu Entscheidungen führen. Das ist meine bescheidene Definition. Das Problem an diesem ganzen Self-Service-Prozess ist, es kann niemand. Kein Mensch, sagen wir mal, jeder Zehnte oder jede Zehnte ist in der Lage, vielleicht ein Dashboard zu bauen, die anderen können es alle nicht.